Tester 1, 2, 3, Tester 1, 2, 3, schaut alles gut aus, schaut alles gut aus, ja, ja, schaut gut aus. Wir sind Stufe 40 gerade geworden, bei der letzten Part, den ich hochgeladet habe, das ist meine Loot, da fehlen ein paar goldene Sachen, habe ich mir gedacht, also wir machen ein Box Opening mit 17 Schlüssel, 17 Gratisschlüssel, die ich bekommen habe, von den Seiten, die euch unten verlinken werdet, ohne Duplikationsglitsch, der anscheinend existiert, aber 17 Kisten reichen mir schon. Der Duplikationsglitsch, den ich sicher nirgends auf Reddit gesehen habe, den ich euch natürlich auch nicht verlinken werde unten, den habe ich nicht ausgenutzt, wir machen es ohne Glitschen und Cheaten. 17 Kisten genug, damit mein Inventar schon voll ist. Und wir hoffen, dass wir auch ein paar goldene Sachen kriegen. Unhold, Dopsuchtsonfall, der Zuneigung. Ah, ich habe gerade, glaube ich, einen Anbringer mit besseren, besseren Klöck, also den brauchen wir, den brauchen wir, den Klöcksanbringer. Neues Tuxinsturm, Eisdorn, Eisdorn ist eigentlich das gleiche, was ich auch, uh, gerade habe. Gefällt mir, gefällt mir, schaut gut aus. Filomat, Grabspross, nicht meins. Klauenbringer, Spornhüter, das ist meins. Her damit, her damit, her damit. Eine neue Shotgun. Also vom Schießen her ist schon mal cool und das andere ist haftend. Und ein SMG hier. Mit dem Sniper zum Testen. Eigentlich bin ich mit den zwei Waffen schon fast happy. Das würde mir schon reichen. Ob, es klitscht durch. Blaue Loot. Die schaue ich mir gar nicht an. Ich wusste gar nicht, dass das auch ein Ding ist, dass das gibt. Elementarschlag des Winters. Ich glaube, das andere gefällt mir besser. Was haben wir hier? Drehschring. Ja, damit er mal. Und eine Waffe, die man sich anschauen kann. Wo war die andere Shotgun? Die mir da aufprall. Hier. So hat die ausgeschaut. Und das ist eine Salzshotgun mit rein salzen. Ich stehe nicht so ganz auf die Ringe. Aber her damit, her damit. Ach, so viele blaue Sachen. Verdammt. Nein, schauen wir uns nicht an. Kein Glück. Interessiert mich ein Drück. Die blauen Sachen. Irgendwas Goldenes wird schon dabei sein, oder? Eruption. Das ist ein Beben. Das hat eine Reichweite bei dem. Eine Bistel. Aufladen. Ich bin kein Fan von denen. Die Bistel schotten mir schon Liebe raus. Ja, ja. Warum nicht? Kitscht die Kiste wieder? Ja, sie kitscht. Ich hoffe, dass ich mir dann ein Gold an der Sache kriege. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt genommen habe. Es schießt cool. Deswegen blau und blau. Interessiert mich gar nicht. Das schießt mich auch nicht. Hier. Das fästen wir wieder. Nicht so ein Fan von den Vögeln. Meistum gehört zu Ohren, irgendwas. Das ist ein Sniperhard. Okay. Big money. Das ist ein Gelbwürfel des Glückfors. Die Apothese. Die Apothese. Apothese. Ist das ein O oder ist das ein A? Das ist ein O. Ist da angebrochen. Die Apothese ist angebrochen. Vorher haben wir vergessen. Sag jetzt. Das sind doch nicht die Ringe. Oh Gott. Das ist wichtig. Das ist richtig wichtig. Komm gerade auf Zauber. Ich will ihn nochmal einsetzen. Und das ist ein RPG. Wo ist die Pistel, die ich weg will? Kurz mal. Ich habe leicht das Gefühl, dass er nutzlos sein wird. Big boy Rakete. Es ist ein Fatboy Raketenwerfer. Der mich selbst umbringen wird. Er wird getestet das nächste Mal. Wieder was goldenes Weg mit den blauen Sachen. Weg mit den blauen Sachen. Was haben wir hier? Massenmagie. Das kann ich gleich mal verkaufen. Das ist für nichts. Mäusterlicher Handbogen der Disziplin. Wo ist die andere Pistel? Die kann ich auch dann gleich weggeben. Raketenwerfer kommt weg. Nade wie eine Schusswaffe. Okay, okay. Ein Schuss. Das sollte ja alles One Shot sein. Landet wir dann schnell nach. Das wird im Feld dann getestet. Die andere Pistel, die ich gerade dazu im Vergleich habe. Das ist auch ein Schuss. Not all, not all. Kann ich einen direkten Vergleich nochmal machen? Ah, ich werde die jetzt erstmal weg da. Und so war die Pistel. Da. Vergleichen. Hier. Ah, ich weiß nicht. Weiß nicht. Ob das was. Also, Zauber habe ich jetzt schon genug. Da bräuchte ich keinen mehr. Klimatspronhütter bin ich dicht. Also mit Zaubern bin ich schon zufrieden. Da brauchen sie mir eigentlich keinen mehr geben. Da habe ich schon alles Coole gesehen, wie es ausschaut. Und sie geben mir auch nichts. Blau, blau, blau. 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 Ne, weg damit. Eine nutzlose Kiste hier. Da. Wird wieder ein bisschen Fahrt aus. Alles Rüstung. Ich nehme auf. Passt alles. Passt, 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 passt. Glück. Okay, warum nicht? Bohnenhütter Clownbringer, das bin ich ja auch. Kann ich vergleichen das nächste Mal. Das mache ich oft für ihn, das Vergleichen. Neues Shield drauf. Ich glaube, ich habe ein goldenes Schild gehabt. Ne, ich glaube nicht. So ein goldenes Nahkampfhafer, da habe ich noch gar nichts Gutes bekommen. Und ein kleiner Zauber wieder, den ich testen kann. Ah, explodiert. Er explodiert. Aber wir haben gerade so viel Zauber. Ne, Gold. Tötet ihn, er ist sowieso nicht so wichtig. Scharfsinnigkeit. Ich werde ihn einfach mitnehmen und testen. Obwohl ich nicht das Gefühl habe, dass er gerade so gut war. Schau, da haben wir wieder ein Schild, das ein bisschen mehr Leben hat. Das ist alles, was wichtig ist. Mehr Leben. Sette Explosion wenn dann. Der Krülle Würfel, der schaut so eigen aus. Mal schauen, ob er überhaupt was bringt dann im Combat. Oh, der Inventar voll. Okay. Gehen wir mal offscreen verkaufen. Jupp. Okay, wir haben alles verkauft. Wir machen weiter. Wir haben wieder ein bisschen Platz im Inventar. Für Violette und andere Loot. Oh, der Inventar mit einfach. Der Inventar mit einfach. Die Pistolen gehen wir testen. Aufbau Explosiv. Eigen, 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 sehr eigen. Was haben wir hier noch gekommen? Der nächste Pistol. Eistoren habe ich, glaube ich, gelesen. Wir haben genug Pistolas wieder. Eindeutig. Und die werden vieler im Feld getestet. Diese nicht. Diese wird gleich ausgetauscht. Ah, das bin ich, die ich. Da ist wieder ein Schild. Das wird verglichen. Links oben sind die Wertigkeitspunkte, kann man sagen. Neue Punkte verfügbar. Edyps doch. Gold, 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 gold. Keine Waffe. Ah, Klage. Ancient Doons. Rotierende Abklingzeit sind eine Klassenangelegenheit. Sniper Rifle-Mrazingröße. Äh. Äh, wer damit. Wieder ein neuer Zauber. Nicht meins. Noch ein neuer Zauber. Zauber. Dann hoffen wir es blauer Schrott. Zauber mag ich eigentlich. Ich glaube, wenn sie mir keinen Schaden machen. Wird durchgelesen. Wird durchgelesen. Für Schlüssel. Ne richtig coole goldene Waffe habe ich noch nicht bekommen. Erruption wieder. Ah ja, sowas. Wieder ein Schild. Blau. Blauenbringer, der Sacker bin nicht ich. Im RPG haben wir einen Violetten. Der wird behaltet. Come on, big money. Die, 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 Mist. Siegert der Tagträume. Wieder ein Bodending. Ja. Auch nicht meins. Freuteglück. Nein. SMG, ein neues. Oh, die SMG ist magisch. Die sind immer richtig stark, die IS-Dinger. Und da noch ein SMG. Naja. Wir schießen ja nicht meins. Oh, come on. Waffe, 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 Waffe. Wollt ihr Glück? Nein. Nein. Das ist blau weg. Das ist blau weg, damit wir Zeit zum Durchlesen haben. Ah, wieder eine Pistole. God damn it. Warum gibt es immer so viele Pistolen? Ich habe es noch nicht mal durchgelesen. So enttäuscht war ich, dass es eine Pistole ist. Äh. Wie soll es ablaufen? Das sind beide circa gleich stark theoretisch. Ah. Wo ist die Pistole? Ich will einen direkten Vergleich. Ah. Ja, ja. Lassen wir sie trimmen. Zwei goldene Pistolen. Oh, hey. Noch ein Appetit. Nein, eine Keule. Eine goldene. Eine goldene Nackertwaffe, die mir mehr Geld gibt. Da wieder eine. Ja, wieder ein Schnipser. Und. Dunkelmagazin. Okay, wir sind beim letzten. Big money. Keine goldene Waffe, die eine Pistole ist. Fuck. Ich meine Mist. Ich meine sehr gut. Ah. Äh. Klauenbringer, Brrrr, Säcker. Kilomatspawnhütter, bin auch nicht ich. Eine Shotgun. Da hatten wir schon eine ähnliche mit Eis. Kann viel vergleichen werden dann. Juhu. Und ein Sturmgewehr. Mein erstes, glaube ich, gerade. Ah, die können, wenn dann was. Die Sturmgewehr mit Granaten. Ah. Ja. 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 Es wird viel Feld getestet als nächstes. Und ich bin, ich habe keine Schlüssel mehr. Alles goldene Pistolen geworden. Ah. Ah. So happy bin ich nicht. So happy bin ich nicht. Verdammt. Keine coole Shotgun oder so. Eine Einzelschusspistole. Jo. Bis zum nächsten Part vom Let's Play, actually. Peace out.